Und da sind wir wieder bei der Forest Komm, komm Siehst du wie das geht mein Freund Stöckchen Hier entfachen wir gleich mal das Feuer ein bisschen stärker Und wir legen unseren Hasen auf Er wechselt wird automatisch zur Waffe, das ist ja wundervoll inzwischen Ich habe einen Busch vor meiner Hütte Ein Vögelchen Na, wann ist das Essen fertig? Jetzt So, dann werden wir uns gleich mal Anfaschieren Okay, von hier kann ich das Wagefeuer machen Steine, Stickies, Holz Ein Blatt Hier haben wir Stickies Das ist ein Sticky Baum Und Steine Fähne Sie sehen ja richtig gut aus So Auch wieder ein Stein So, nur noch ein paar Loks Die machen wir auch gleich hier weg Und dann fangen wir mal mit dem Baumfeld an Und dann fangen wir mal mit dem Baumfeld an Und dann fangen wir mal mit dem Baumfeld an Zumindest nicht zu groß Weil ich habe ja da Probleme dann Mit den Tieren Dass ich einfach keine Nahrungsquelle mehr habe Ich habe keine Nahrungsquelle mehr So, Baum 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 zu Baum Da brauche ich noch einen Baum Und dann brauche ich noch einen Baum Ich will den da vorne gleich Dann sollten wir es zumindest Dann sollten wir es zumindest Ich habe nichts gemacht Ich habe nichts gemacht Na, Fall um Aber nicht auf mich, wenn es geht Aber nicht auf mich, wenn es geht So So, unser Feuer Werden wir mal hier entzünden Der Strauch, der schreckt mich ständig Denn Folgt sich jetzt ab Das gibt's ja nicht Jetzt Weg mit dir Ich denke, ich werde gleich mal Das Lagerfeuer hier bauen Ich habe keine Steine, okay Oh, Schlamm Jetzt ziehe ich mir gleich mal wieder drüber Ja Vielleicht lassen mich dann die Eingebrochen in Ruhe In der Ruhe arbeiten Hier 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 Steine haben wir hier, ja Mehr Mehr als genug Noch mehr Steine Mal gucken, ob die jetzt auch wieder so schnell spawnen Äh Ja, das brauchen sie gar nicht So viel, was hier liegen So, Steine sind voll Soll ich gleich eine Abschreckung bauen Soll ich gleich eine Abschreckung bauen Ah Das ist das Kleine Das Neue Wo wir einen Kopf brauchen Ja, wir brauchen jetzt Bäume Kleine Köpfe Hier haben wir angefangen Und ich habe noch immer nicht Geschrieben bekommen Was ihr gerne als weiteres Let's Play sehen möchtet Da gab es noch keine Infos dazu Liegt da vorne eigentlich noch immer in der Leiche Ja Und ich vermute, die ist noch immer verpackt Oh, hier liegt noch ein Lock Und ich vermute, die ist noch immer verpackt Das ist meins Das ist meins Das heißt, da müsst ihr da vorne Und vermutlich auch noch ein Lock legen Nicht wirklich, okay Ja Nicht wirklich, okay Ja Und das Boot ist nicht hier Was ist das Weiße da vorne? Gucke ich mir später an Wenn Zeit dafür ist Zwischen wird's ja Nacht Zwischen wird's ja Nacht Aber wir können ja noch etwas arbeiten Ah Pilze Giftige Pilze Giftige Pilze So Ich sehe hier eigentlich gar nichts Ich glaube ich werde auch schlafen gehen Bin hat schon einen Speichelpunkt mal geschadet Und wir haben Nicht durchgeschlafen Ich glaube da hinten im Wagen welche Verwegs Vogelvogel Wird es Tag oder? Ich habe keine Ahnung Leute War überhaupt schon Tag? Haben wir mal eine Sonne gesehen? Wird es Tag oder? Ich habe keine Ahnung Leute Kommen wir sie Hau ab Mop du Schleicht die ganze Zeit Es ist ein Löcker durch mein Haus Ja Es regnet einfach durchgehend Also doch etwas Also doch etwas Hallo Leute Ja Hier wäre es natürlich jetzt ideal Einen Molotow reinzuschmeißen Aber ich vermute Die laufen eh von alleine auch hierher Komm Komm Echt? Ok Ach da hinten essen sie Hier sind die Hasen Vier Stück gleich den und Auch hier 2 7 7 8 10 4 7 V Suppose Hallo mein Freund, du prenst jetzt mal? Hau ab, Typ du. Ja der ist weggelaufen, der da hinten ist noch lecker am schmatzen. Was ist du da? Was ist denn du da? Irgendein Kopf. Hey, du Typ. Wo ist der jetzt wieder hingelaufen? Ich biete wohl nur Beobachter. So. 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 und vielleicht sollte ich mich jetzt um diesen herrn hier auch wir waren locker okay und 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 eEM Toll Will damit sagen der frisst neue halbe Nacht So wenn der hier gemütlich speist dann werde ich hier gemütlich eine Abschreckung aufbauen wir haben hier eins zwei Ja, wenn wir Glück haben, kriegen wir von einem in zwei Köpfe. Ich muss es hören. Wieder. Hallo. Vermutlich höre ich nur ihn speisen. So, das ist das Große. Oh, hier mit vielen Händen. Das ist auch neu. Dann können wir die wenigstens auch mal verbrauchen. Ich stelle da auch eins auf. So, drei Köpfe. Nachher werde ich mir was zum Essen machen. Jetzt brauche ich hier mal ein paar Telle. So, einen Kopf hatten wir also. Fuß. Mit Füßen weiß ich noch nicht, was ich hier alles machen kann. Auf jeden Fall gab mir da keine Kopf, aber ich weiß auf jeden Fall, wo ich einen Kopf herkriegen könnte. Oh. Ja, hallo. So. Hier brauchen wir immer Steine und Köpfe. Oh. Oh. Kann man dich zerlegen? Nein. Aber wir hatten hier eine Leiche. Okay. Ich läuft einfach unter meinem Fuß durch. So. Und hier auch noch. Steine sind hier voll. Und ich muss dringend was essen. Brenne. Also das kann man nicht entfachen. Doch, kann man auch. Stein bis Fuß. Lange fängt das ja nicht. Hallo. Okay, das ist verpackt. Wir nannten den. Oh. Ich weiß nicht, putter der. Der ist weg. Das ist ein Stein. Immerhin ist er weg. Immerhin ist er weg. Nur dass das klingt, das Teil, als würde es regnen. So. So haben wir hier. Hier würden wir Füße, Hände, Köpfe brauchen. Hier. Sind ja nur Hände. Füße. Hier haben wir nur den Kopf. Nehmen wir Füße. Hände und Kopf. Das heißt, Füße bleiben wieder ewig viele übrig. Hallo Hase. Ja. Ich werde mir jetzt was zum Essen machen. Das war jetzt auch schon sehr niedrig. Hier haben wir alles mögliche. Hier sind gleich meine Lurker. Hier haben wir alles mögliche. Einstellen. Mal essen hier. Und dann werden wir schla... Schlafen gehen. Nein. Eigentlich wird Tage eigentlich auch wenig schlafen gehen. Das heißt, ich hole mir von da unten den Kopf gleich mal. Und dann... Ist jetzt der Koffer offen? Habe ich die Koffer schon... Gar nicht dran? Ist jetzt der Koffer offen? Ja. In der Nacht ist mir sowieso ein bisschen so unsicher hier. Drüben hätte ich ja auch noch den Kopf. Beim Zelt. Und sonst oben bei der Kultstätte liegen ja auch zwei Leichen. Hallo? Es ist doch ein Weg. Das ist der Weg... Sachen... Oder wie... Was ist denn meine Feuerzeug? Was ist denn meine Feuerzeug? Die Feuerzeug ist weg? Ja... so... Ne... Meine Feuerzeug habe ich. So, dann holen wir uns das, das ist das, was wir zerlegen können, und wo die andere Leiche ist, was wir getötet haben, keine Ahnung, aber zum Glück gibt es hier einige Toter, die Wasser in der Gegend herumliegen, zum Beispiel wie dieser Herr. Ich nehme an, er hat das Self nicht wirklich gesehen, ist über das Spannseil drüber gestolpert und hat sich den Kopf auf den Stein aufgeschlagen. So, dann gehen wir weiter bei mir abholzen. Jetzt, wo wir fein gespeist haben. So können wir weiter arbeiten. Jetzt ist es auch weg. Und ich werde mir jetzt gleich noch ein paar Molotows herstellen, die Kopf und Arm flindern. So, wenn die nächsten kommen, wir gewaffnet sind. So, wir müssen auch die Folge gleich beenden. So, dann gehen wir runter. Hier haben wir wieder Dreck. Hallo. Böbe! Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann!